Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Alles eine Sache der Einschätzung. Wie jemand geht, was er trägt, all das sind klare Signale. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr steht Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheiß Tasche, ohne dass er es bemerkt. Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid und wir legen los. Soll ich euch vielleicht auch noch an die Hand nehmen? Ihr müsst zu Madesis Stand schleichen und mit eurem Dietrich den Tresor öffnen. Wenn ihr dann den Ring habt, führt ihr bei Brandschei einen etwas anderen Taschendiebstahl durch. Ihr lasst etwas zurück. Wir sollen Brandschei daran erinnern, sich nicht in Dinge einzumischen, die ihn nichts angeben. Da wir nicht die Dunkle Bruderschaft sind, werden wir ihn nicht töten. Wir werden nur dafür sorgen, dass er ein paar Tage im Gefängnis sitzt. Ich bin bereit. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Wollt wohl sehen, wie Balimund wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, hm? Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Also Junge, wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ich bin bereit. Sagt mir, wenn es losgeht. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Kommt! Kommt alle her! Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an! Was führt euch heute zu Balimund? Eine Reparatur? Platz genug! Wollt ihr etwas kaufen? Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Ach, Brinjolf. Was gibt es denn diesmal? Geduld, Branschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt? Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirnwurz. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Falmerblut-Elixier. Kommt schon, sprecht ihr von den Schneeelfen. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jahres. Kluger Mann. Jetzt kommt's. Gut, wartet bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann aus welchem... Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Kommt alle her. Das müsst ihr hören. Ach, Brinjolf. Was gibt es denn diesmal? Geht doch, Brinjolf. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirnwurz. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Meine Damen und Herren, Falmer-Blut-Elixier. Kommt schon. Sprecht ihr von den Schnee-Elfen? Das einzig Wahre. Mystische Wesen aus Legenden. Meister der Bagie. Stellt euch die Kraft vor. Die durch ihre Adern floss. Woher habt ihr das dann? Jahrelang hat sie niemand zu Gesessen bekommen. Zurück! Zurück! Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben. Aber ich kann versprechen, dass der Inhalt echt ist. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jahres. Kluger Mann! Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Gut, wartet bis ich für Ablenkung sorge. Zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Kommt! Kommt alle her! Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an! Kommt alle her! Ach, Brina, was gibt es denn diesmal? Geduld, Branschai. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlicht des Sets gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirmwurz. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser Weg ist der echte Gegenstand. Meine Damen und Herren, Falmerblut Elixier. Kommt schon, sprecht ihr von den Schneehelfen. Woher habt ihr das dann? Jahrelang hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben, aber ich kann versprechen, dass der Inhalt echt ist. Ein Schluck von diesem Elixier und eure Wünsche gehen in Erfüllung. Reichtum, ewiges Leben oder vielleicht sogar unbegrenzte Macht. Wie? Wie kostet das? Nur 20 Goldstücke. Beeilt euch, bevor alles weg ist. Er schadet dem Hof anderer Händler. Lebt tausende von Jahren. Was, wenn er recht hat? Vielleicht kaufe ich eins. Warum solltet ihr ihm auch nur zuhören? Er lernt das Wissen ganzer Bibliotheken in wenigen Augenblicken. Diese... Lichtessenz. Nicht geholfen, aber vielleicht hilft das ja. Er schadet dem Hof anderer Händler. Nur 20 Septime pro Flasche. Ich kann mir keins leisten. Aber kann ich mir auch leisten, keins zu kaufen? Hört nicht auf ihn. Er denkt sich das alles aus. Lasst fehlende Körperteile nachwachsen. Diese Irrlichtessenz hat nicht geholfen, aber vielleicht hilft das ja. Hört nicht auf ihn. Er denkt sich das alles aus. Nur 20 Septime pro Flasche. Genau das brauche ich jetzt. Warum solltet ihr ihm auch nur zuhören? Lasst fehlende Körperteile nachwachsen. Genau das brauche ich jetzt. Das brauche ich jetzt. Also gut. Wir werden später zusammenkommen. Das brauche ich jetzt. Ja. Wie geht's? Oh! Elender Dieb! Elender Dieb! Elender Dieb! Elender Dieb! Elender Dieb! Elender Dieb! Ihr seid neu in der Stadt. Der Beste von ganz Rifthorn. Mir gehört die Fischerei von Nivenor. Ich habe mit nur einer Angelroute angefangen. Heute gehören mir ein ganzes Gebäude und zwei Schiffe. Nicht schlecht für einen Ort im mittleren Alter, was? Es ist nur schade, dass mein Versuch, diese Stadt aus der Armut zu retten, nicht genauso erfolgreich war. Nivenor glaubt, ich verschwende nur meine Zeit, aber ich bin da anderer Meinung. Ich verkaufe meinen Fang in weiten Teilen von Himmelsrand. Für mich ist er sein Gewicht im Gold wert. Nur den Markt von Markard habe ich noch nicht erschlossen. Ich habe aber gehört, dass Klepper im Gasthaus Silberblut interessiert sein könnte. Falls ihr auf dem Weg dorthin seid, würde ich es zu schätzen wissen, wenn ihr eine Kaufvereinbarung für mich abliefern könntet. Natürlich gegen Bezahlung. Gut, Klepper wird euch bezahlen, wenn ihr ihm den Brief übergibt. Hier ist er. Ich schätze, irgendjemand muss es ja tun. Habt ihr gesehen, in welchem Zustand sich diese sogenannte Stadt befindet? Bettler durchstreifen die Straßen, das Verbrechen grassiert und der drohende Krieg vertreibt die Geschäftsleute. Die paar Münzen, die ich in die Spendenbüchse des Tempels werfe, sind das Mindeste, was ich tun kann, um zu helfen. Nivenor ist meine Frau. Wie mir jemals ein so wunderschönes Wesen begegnen konnte, ist eines der großen Mysterien des Lebens. Wir sind geteilter Meinung, was meine Wohltätigkeit angeht. Sie sagt, die Leute in dieser Stadt seien faul geworden und würden sich auf die Almosen verlassen. Ich versuche, sie in meine Lektionen von Mara mal drüben im Tempel von Mara mit einzubeziehen. Aber sie geht lieber einkaufen. Jeden das seine, was? Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Im Tempel von Mara sind alle gekommen. Grüße, geschätzte Kunde. Jawohl. Leider bin ich einer der letzten traditionellen Saxlil-Juweliere in Tamriel. Unser Handwerk gerät langsam in Vergessenheit. Das einzige Problem ist, dass ich schwer an Materialien komme. Die Straßen zu den Minen und den anderen Städten sind übersät mit Banditen und Schlimmerem. Wärt ihr interessiert daran, ein wenig Material für mich zu sammeln? Ich würde euch auch sehr gerne dafür entlohnen. Danke sehr, Landläufer. Ich suche ein paar Gegenstände für mein nächstes Werk. Zwei makellose Saphire, einen Mammutstoßzahn und einen Klumpen Golderz. Leider nicht so gut. Dieser Brimjolf, er zieht den Leuten mit seinen lächerlichen Wundermitteln das Geld aus der Tasche. Vor ein paar Monaten war es Trollfettsalbe und jetzt hat er was Neues im Angebot. Nicht, dass man dagegen irgendwie vorgehen könnte. Er hat gute Beziehungen zur Diebesgilde. Passt auf euch auf, Landläufer. Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleiben. Ich habe diesen Müll schon in ganz Himmelsrand verkauft und komme gerade so über die Runden. Ich bin nicht hier, um neue Freunde zu finden. Und ob ihr mit eurem Kauf zufrieden seid, interessiert mich nicht im Geringsten. Ich brauche nur das Geld. Je eher ich aus Himmelsrand verschwinden kann, desto besser. Ist das euer Ernst? Der Krieg zerreißt das Land. Die Drachen sind zurückgekehrt. Himmelsrand entwickelt sich nicht zum Positiven. Ich an eurer Stelle würde hier verschwinden, bevor ihr in einem dieser Steingräber endet. Sie würden euch selbst das letzte bisschen Essen rauben. Der Rattenweg ist zu gut für diesen Abschaum. Unterhalb der Stadt gibt es alte Abwässertunneln. Soweit ich weiß, kommt ihr nur durch eine Tür abseits des Kanals hinein. Ich an eurer Stelle würde meine Füße trocken halten und hier oben bleiben. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Darf ich euch einige edle Wagen? Ich bin zwar ein geborener Dunmeer, wurde jedoch als Argonia großgezogen. Aus Gründen, die ich noch herausfinden muss, wurde ich zum Weisen. Dann nahm ich eine freundliche Argonia-Familie in der Schwarzmarsch auf. Ich hoffe, eines Tages herauszufinden, was genau mir zugestoßen ist. Und wie es dazu kommen konnte. Ich weiß nur, dass ich in eine Decke mit dem Symbol des Hauses Telwani eingewickelt war, als mein argonischer Vater mich fand. Vor langer Zeit war das eines der großen Häuser in Marotten. Ob das nun heißt, dass ich einer von ihnen war, da bin ich mir nicht sicher. Wenn ihr unterwegs etwas findet, das mir die gesuchten Antworten geben könnte, wäre ich dankbar dafür. Ich danke euch. Ich habe erfahren, dass eine Hausmutter, die beim Haus Telwani angestellt war, während des Thronfolgekrieges aus Norowind geflohen ist. Laut der Aufzeichnungen hat sie eine Überfahrt mit dem Schiff der Stolz von Telwos bezahlt. Aber da endet die Spur auch schon. Jahrelang versuchte ich herauszufinden, was aus dem Schiff geworden war. Blieb am Ende aber erfolglos. Alles, was ihr finden könnt, wäre eine große Hilfe. Viel Glück. Die Arbeit in der Fischerei von Rifthorn ist hart, aber sie bringt etwas Geld in meine Taschen. Beim Reich des Vergessens. Natürlich. In dieser Stadt geschieht nichts ohne meine Zustimmung. Der Jarl hat ein offenes Ohr für mich. Und die Wächter habe ich in der Tasche. Macht mir jemand Ärger, besuche ich die Diebesgilde. Macht mich jemand zornig, gehe ich zur dunklen Bruderschaft. Daran solltet ihr beim nächsten Mal denken, bevor ihr eine so dumme Bemerkung macht. Aus dem Weg. Willkommen im verpfändeten Pfifferling. Kommt doch rein und seht euch um. Willkommen im verpfändeten Pfifferling. Was kann ich für euch... Einprägsam, nicht wahr? In meiner Jugend war ich Fischer. Ich hatte ein wunderschönes Boot, die kräftige Krabbe. Aber man wird ja leider nicht jünger. Ich habe den Kahn schließlich verkauft und den Fischladen hier eröffnet. War früher ein Pfandhaus. Der Name gefiel mir irgendwie, da habe ich ihn beibehalten. Und so das Gold für ein neues Schild gespart. Es wäre klüger gewesen, wenn ich das Boot behalten hätte. Es war ein großer Fehler, in diese Stadt zu ziehen. Die richtige Frage wäre, was stimmt denn mit Rifton? Die Stadt ist korrupt. Durch und durch. Alle sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und damit, möglichst viel Profit aus dem Leid anderer zu schlagen. Die Obrigkeit? Sagt mal, hört ihr mir eigentlich zu? Die sind doch alle korrupt. Alle. Ohne Ausnahme. In dieser Stadt kommt man nur weiter, wenn man nicht aufmuckt und die richtigen Leute schmiert. Die Kerle waren hier mal ziemlich gefürchtet. Ich meine, wenn man ihren Namen flüsterte, lief es einem kalt den Rücken runter. Jetzt sind sie nichts weiter als Halunken und Schläger, die es auf das Geld ehrenwerter Leute abgesehen haben. Man müsste bloß einen kleinen Trupp Wachmänner in den Rattenweg schicken, um sie da rauszuscheuchen. So nennen wir die alten Abwasserkanäle, die unter der Stadt verlaufen. Vor langer Zeit war das mal ein gewaltiges Kanalisationssystem. Aber heute ist es verfallen, genau wie der Rest von Rifthorn. Die Gilde hat dort jede Menge Schurken postiert, die nicht gut genug sind, um beizutreten. Passt auf euch auf, wenn ihr darunter steigt. Auf Wiedersehen. Mein Mann, das Verbrechen und die Korruption in Rifthorn setzen ihm ganz schön zu. Und seit die Gerüchte über die Drachen umgehen, ist er ziemlich bedrückt. Habt ihr diese Kriege? Rifthorn steht unter meinem Schutz und ihr benehmt euch besser. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld gegrüßt habt, wurde es so frisch wie ein Wintermorgen. Schützt euch richtig, zauft Rüstung von Greka. Neu in Rifthorn? Dann natürlich nicht. Habt ihr erwartet, dass ich mich ganz allein darum kümmere? Meine Nichte Svaner hilft mir bei den anfallenden Arbeiten. Sie wäre mir eine größere Hilfe, wenn ihr Kopf nicht immer in den Wolken stecken würde. Sie lebt bei mir, seit ihre Eltern von Räubern getötet wurden und sie mir in den Schoß gelegt wurde. In Winterfeste gibt es... Der Hofzauberer des Jarl wurde dort ausgebildet. Steckt voller Geheimnisse. Kauf und verkauf edler Schmuckstücke. Seltene Schmuckstücke und die schönsten Kuriositäten aus Morowind. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Beim Reich des Vergessens. Was wollt ihr? Ich vermute, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst.